Herzlich Willkommen am Stand von Jungheinrich bei der CEMAT 2018. Wenn ihr dachtet, die Logimat war schon toll, dann schaut euch das mal an. 30% Effizienzsteigerung. Ja, das ist unser Baby. Wir können alle Batterietechnologien damit laden. Sonst fünf Probleme, fünf verschiedene Lösungen. Hier fünf Probleme, eine Lösung. The IFA Award goes to Jungheinrich ECE 225. The category special of the year goes to Jungheinrich. Also zweimal den ersten Preis gewonnen, das ist ein Riesenlob und eine Riesenbestätigung für die Leistung unserer Team. Man sieht, dass hier die Technologie vibriert. Ja, hier geht was. Was hat Ihnen bei uns am Stand am besten gefallen? Jungheinrich ist super innovativ, finde ich persönlich wirklich. Gerade diese ganze Lithium-Ion-Technik ist für uns als großes Unternehmen in der Logistik natürlich eine super Herausforderung. Das war's von uns am Stand von Jungheinrich auf der CEMAT 2018. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich bin raus, mache mich jetzt auf den Weg nach Hamburg und sage Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020